So Leute, was für ein krasser Tag ist das denn bitte gewesen. Bitcoin ist am Pumpen, Altcoins sind am Pumpen und genau deshalb werden wir uns gleich darum unterhalten, warum wir momentan so viele Bullish-Bewegungen am Markt sehen. Wir werden die Frage beantworten, ob wir diesen Pump für Bitcoin und Altcoins tatsächlich trauen können oder ob das lediglich ein kurzer Bounce ist, bevor wir dann doch weiter nach unten gehen. Das heute Video wird wirklich extrem wichtig. Wir werden alles Wichtige besprechen, was ihr wissen müsst. Also für jeden, der meine Trading-Strategien benutzt. Ich zeige euch, was ich persönlich damit machen werde. Ich gebe euch ein paar Ideen und Gedankenanstöße, was ihr jetzt auch machen könntet, um für den Rest des Bullwands sogar noch viel mehr Geld zu machen. Und genau deshalb Leute, bleibt auf jeden Fall vom Anfang bis zum Ende dran und damit willkommen zurück meine Freunde. Mein Name ist David und ich bringe euch jeden Tag Krypto-Videos und zeige euch, wie man die Geld machen kann. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, dann abonniert den Kanal und vor allem aktiviert auch die Glocke. Und wie ihr wisst, ich habe ja jetzt seit ein paar Tagen kein Video gemacht, weil ich halt einfach am Reisen bin. Aber mit den Pumps, die wir momentan haben, muss ich euch natürlich ein Update geben darüber, was ich mache und darüber, was ich als nächstes für die Märkte erwarte. Ich bin tatsächlich, wie gesagt, noch am Reisen. In zwei Tagen werde ich wieder zu 100% für euch da sein. Aber ich werde auch so oder so heute und morgen noch ein Video machen. Also nochmal ganz, ganz wichtiges Video heute. Bitcoin hatte einen extrem krassen Pump. War das jetzt überraschend? Naja, es gibt einen Grund, warum wir diese zwei massiven grünen Kerzen gehabt haben. Aber im Großen und Ganzen war es jetzt nicht überraschend, dass wir eben einen langsamen Aufwärtstrend nach oben sehen. Denn wenn man Bitcoin sich mal hier anschaut, hier kann man nämlich sehen, dass wir durch diesen Downtrend, diese rote Linie nach oben durchgebrochen sind. Das ist die gleiche Trendlinie, die wir bei den Trendloose Märkten gehabt haben. Da haben wir uns ja drüber unterhalten. Wir sind da auf dem Daily Chart durchgebrochen und was ich euch damals gesagt habe, war, dass es lediglich eine Frage der Zeit sein wird, dass auch Bitcoin aufholen wird. Weil die traditionellen Märkte sind nach oben gegangen und normalerweise ist es bis jetzt immer so gewesen, dass Bitcoin aufholt. In der letzten Zeit auf dem Daily Chart konnten wir sehen, dass die traditionellen Märkte etwas mit der orangenen Linie zu kämpfen haben, während Bitcoin allerdings einen richtig schönen Pump gehabt hat. Wir haben einen Break der Trendline gehabt und dann sind wir langsam aber sicher nach oben gegangen. Erst sind wir durch die orangene Box gebrochen und dann sind wir, ja wie gesagt, langsam aber stetig nach oben gegangen bis gestern, wo wir diese zwei richtig, richtig fetten grünen Kerzen bekommen haben. War das jetzt also überraschend, dass wir diese zwei grünen Kerzen gehabt haben? Naja, die sind aufgrund eines Katalysators passiert, also das war tatsächlich schon etwas überraschend. Ich habe damit gerechnet, dass wir weiter nach oben gehen. Etwas langsamer und länger, aber aufgrund der Bullish News, die gestern rausgekommen sind, sind wir einfach direkt da durchgebrochen und nach oben geschossen. Aber nicht nur Bitcoin, sondern auch Altcoins, die sind noch viel krasser nach oben gegangen, aber wir werden uns gleich darüber unterhalten, warum. Was ihr jetzt nur wissen müsst, ist, dass von dem technischen Standpunkt aus gesehen sah Bitcoin immer danach aus, als würde es bald da nach oben gehen. Ich habe halt nur gedacht, dass es etwas langsamer gehen würde und kein Problem, ich gebe das auch gerne zu, dass ich da falsch lag. Wenn Bitcoin so stark nach oben pumpt, ist das einfach mega, mega gut. Wir haben halt tatsächlich ein paar wirklich bahnbrechende Ereignisse gehabt. Das erste ist, wir kommen näher an die eine Million Dollar, was ich euch Schritt für Schritt auf diesem Kanal gezeigt habe, wie ich persönlich von 4.000 bis auf eine Million Dollar gekommen bin und ihr konntet jeden Schritt mitmachen. Wir sind also relativ nah dran. Was die Trading Strategien angeht, die neuesten, die ich gemacht habe, die sind mittlerweile 40% im Gewinn. Das sieht schon mal gut aus und jetzt schaut mal hier. Ja, das ist Wahnsinn. Wie ihr wisst, vor gar nicht so lange her, vor ein paar Tagen noch, aber auch vor einer Woche, da war ich hier bei minus 30.000 Dollar, meine alte Strategie. Und was ich euch die ganze Zeit immer wieder gesagt habe, kein Problem. Ich habe keine Angst, dass diese Trading Strategien nicht früher oder später wieder im Plus sein werden. Ich habe mir da wirklich keine Sorgen gemacht. Und jetzt schaut mal, ich habe recht gehabt, all die Leute, die mich ausgelacht haben, all die Leute, die gesagt haben, du hast überhaupt keine Ahnung. Und ich muss mir da echt einiges anhören, aber es sieht ganz danach aus, als hätte ich doch recht gehabt. Alle Trading Strategien, die wir bis jetzt gemacht haben, außer dieser riesen Fehler, den ich einmal gemacht habe, das findet ihr allerdings auch im Trading Dokument. Da erkläre ich euch ganz genau, was das für ein krasser Fehler gewesen ist. Hier, da könnt ihr draufklicken und dann kommt ihr zu genau dem Video, wo ich darüber gesprochen habe, was ich falsch gemacht habe, damit ihr das wirklich ganz genau verstehen könnt. Das ist eigentlich super wichtig. Aber abgesehen davon sind alle Trading Strategien profitabel gewesen. Und jetzt ist auch diese profitabel. Das ist mega, mega schön zu sehen. Falls ihr im Übrigen diese Trading Strategien selber benutzen möchtet, ihr habt immer noch eine gute Gelegenheit, an einem niedrigeren Preispunkt einzusteigen. Bitcoin ist ja gerade mal bei, wo sind wir, ungefähr 71.000 Dollar. Und meiner Meinung nach werden wir in diesem Zyklus noch bis auf 150.000 Dollar steigen. Ihr könnt also immer noch einsteigen und hoffentlich einige anständige Gewinne machen. Meine Bots auf BitGet sind mittlerweile alle voll, aber auch die haben richtig, richtig schöne Gewinne gemacht. Aber ja, die sind leider halt, wie gesagt, voll. Falls ihr die benutzen möchtet, müsst ihr das auf OKEx machen. Falls ihr das machen möchtet, geht nach unten in die Videobeschreibung. Hier an dieser Stelle meldet ihr euch bei OKEx an. Da könnt ihr noch einmal bis zu 60.000 Dollar ein Trading Boni bekommen, wenn ihr meinen Link benutzt. Und dann, wenn ihr den Bonus geholt habt, meldet euch, wie gesagt, erst an. Und dann mit einem One-Click-Setup könnt ihr hier draufklicken. Da kommt ihr dann zu der Seite von OKEx, wo ihr den Bot aufmachen könnt. Wichtig ist natürlich, dass ihr auch das Tutorial-Video oben in der Videobeschreibung anschaut, weil ich dann nochmal von A bis Zell erkläre, wie das Ganze funktioniert. Okay, jetzt lasst uns auch nochmal darüber sprechen, warum auch Altcoins so einen richtig krassen Pump gehabt haben. Der Grund für diese zwei grünen Kerzen ist nämlich, dass Ethereum richtig heftig nach oben geschossen ist. Warum? Weil es momentan Gerüchte gibt oder es macht den Umlauf, dass die SEC tatsächlich den Spot Ethereum ETF schon in zwei Tagen genehmigen könnte. Die machen also eine komplette Kehrtwende, 180 Grad. Von 25% Wahrscheinlichkeit sind wir laut Eric Valchunas auf 75% gegangen. Warum? Das ist die ganz große Frage. Es gibt da gewisse Spekulationen. Eine ist natürlich, dass viele Leute das als politische Sache sehen. Die wollen halt eben Kryptonutzer dazu bewegen, dass sie für Biden wollten. Weil, ja, man geht davon aus, dass Biden etwas Druck ausgeügt hat, damit der Ethereum-Spot ETF genehmigt wird. Wir wissen allerdings gegen Augengründe nicht. Wir wissen nur, dass sehr, sehr viel Geld momentan in Ethereum gesteckt wird. Schaut mal, das Open Interest ist jetzt mittlerweile auf 10,5 Milliarden Dollar gekommen, was tatsächlich ein neues Allzeithoch ist. Die Leute kaufen also momentan Ethereum wie verrückt. Das liegt natürlich daran, dass wir möglicherweise schon übermorgen den Ethereum ETF genehmigt bekommen. Und nur mal zum Vergleich. Der größte Market Cap Gain für Ethereum ist gestern passiert. Das waren mal eben plus 70 Milliarden Dollar. Und ich glaube, das ist tatsächlich ziemlich nah dran an der Solana-Marktkapitalisierung. Falls das nicht stimmt, dann korrigiert mich gerne. Aber was ich so im Kopf habe, ich glaube, das liegt ungefähr in der Nähe. Das ist schon ziemlich krass. Das gibt euch meine Perspektive darüber, wie bullisch die Leute gestern Ethereum getradet haben. Das ist super, super krass. Irgendjemand glaubt ganz, ganz fest daran, dass der Ethereum ETF genehmigt wird. Aber eine Sache, die wir auf jeden Fall wissen, ist, dass die Spot ETFs, dass die normalerweise durch eine Abstimmung von 5 Personen genehmigt wird. Diese 5 Personen, da sind 2 von ziemlich pro-bullisch. Und 2 von ziemlich kontra-bullisch. Und dann haben wir natürlich noch Gary Gensler, der, wie wir mittlerweile wissen, eigentlich auch eher sehr, sehr bärisch auf Krypto ist. Beim Bitcoin-Spot ETF war es tatsächlich am Ende so, dass Gary Gensler die finale Stimme gewesen ist. Also die entscheidende Stimme. Wir hatten 2, die dagegen gestimmt haben. 2, die dafür gestimmt haben. Und Gary Gensler war dann halt eben die Stimme, die entschieden hat, dass der Bitcoin-Spot ETF tatsächlich genehmigt wird. Jetzt wissen wir allerdings auch, dass was Ethereum angeht, dass er da ziemlich, ziemlich offen und, sagen wir mal so, er hat sehr, sehr viele schlechte Worte auf Ethereum kommen lassen und hat ganz, ganz viele Klagen gemacht. Jetzt ist natürlich die große Frage, wenn er die entscheidende Stimme sein wird, was höchstwahrscheinlich so sein wird, wird er da wirklich eine komplette 180-Grad-Wende machen von all dem, was er in der Vergangenheit gemacht hat und tatsächlich den Spot Ethereum ETF genehmigen? Kann ich nicht ausschließen, aber es ist trotzdem irgendwie komplett verrückt mit allem, was in der Vergangenheit passiert ist. Er ist so lange hinter Ethereum her, hinter den ganzen Ethereum-Projekten, dass er einfach eine komplette 180-Grad-Wende machen kann. Boah, keine Ahnung, echt schwierig. Aber das wäre natürlich mega, mega, mega bullish und genau das rechnet der Markt momentan ein. Wir müssen also immer noch etwas vorsichtig sein, aber ganz allgemein, wie ich die ganze Zeit immer gesagt habe, Bitcoin wird weiter nach oben trennen, denn das Ding an der ganzen Sache ist, wenn man sich mal anschaut, wie Bitcoin gelaufen ist, kann man sehen, nachdem wir nach oben gegangen sind, haben wir hier Widerstand gehabt. Dann sind wir nach oben gegangen, haben hier Widerstand gehabt und jetzt das hier, das ist ein richtig großes Widerstands-Devel. Das ist nämlich die letzte orangenen Linie, bis wir zu dem nächsten ganz, ganz Großen kommen, bei 82.000 Dollar. Und genau deshalb ist das auch so wichtig, genau deshalb versuchen die Bären alles in ihrer Maschinen zu nun und zu Runden zu halten. Die wissen nämlich, dass die nächste orangenen Linie, oder, okay, je nachdem, wie man das sehen möchte, das ist natürlich nur Widerstands-Devel, aber die Bären wissen auf jeden Fall, das nächste große Widerstands-Devel wird wahrscheinlich hier oben bei 83.000 Dollar sein. Deshalb versuchen sie, diesen Bereich zu verteidigen und wenn denen das nicht gelingen sollte, dann erwarte ich wirklich, dass wir bis auf 83.000 Dollar nach oben gehen werden und das ist dann der Zeitpunkt, wo meine Trading-Strategien komplett durchdrehen werden. Das wird richtig, richtig, richtig schön sein, wenn es soweit kommen wird und das ist genau das, was der Markt hier momentan einberechnet. Wir sollten allerdings, wie gesagt, trotzdem vorsichtig sein. Wenn Gary Gensler nämlich den Spot-ETF doch nicht bringen sollte, dann werden wir sehen, dass wir einen richtig heftigen Drop für Ethereum sehen werden und auch für all die anderen Altcoins. Heute sieht es natürlich mega, mega, mega schön aus. Also viele der Ethereum-Protokolls, wie Lido zum Beispiel, auch mega, mega krass. 33,5% nach oben gegangen, das sieht schon mal schön aus. Und trotzdem will ich nochmal sagen, seid etwas vorsichtig. Ich meine, ganz allgemein macht es mir auch sowieso nichts aus, wenn wir noch ein bisschen weiter seitwärts laufen, vielleicht für ein paar Wochen, Monate, bis wir dann die nächste große bewegen, wo es 82.000 Dollar hat. Macht mir nichts aus. Die Trading-Strategien werden nämlich in dieser Zeit auch richtig schönes Geld machen können. Aber generell gesehen weiß ich natürlich, Bitcoin sieht bullish aus. Bitcoin wird früher oder später bis auf die 83.000 Dollar gehen. Es ist halt nur manchmal schwierig zu sagen, wann genau das passieren wird. Es wird allerdings zumindest meiner Meinung nach passieren. Und genau darauf wette ich. Das trade ich auch. Meine Trades zeigen das. Aber wir müssen natürlich mal abwarten, wie sich das wirklich entwickeln wird. Aber ihr solltet euch auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, dass Gary Gensler der entscheidende Faktor sein wird. Und in der Vergangenheit war er zumindest super bärisch auf Ethereum. Ich werde natürlich auch in den nächsten paar Tagen etwas genauer auf die ganzen Sachen eingehen. Ich bin aber momentan noch am Reisen. Aber trotzdem, das waren zumindest die wichtigsten Sachen. Im Großen und Ganzen war es das dann auch für das heutige Video wie immer. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Und wir sehen uns dann im nächsten Video.